sorry aber ich bin hässlich deshalb muss meine maske anziehen also bist du my brother man sieht aber den kopf aber egal mein schneemann bruder ich komme aber ist der ehrenlos sein ich wusste ja mein schneeband bruder ich mag es nicht ausgeschlossen zu werden immer wieder zu waffen peter ist unser tanz aber halt nur als schneemann ich werde angerufen nicht die schnee mann ein boss kannst du später kreativ ein bisschen kreativ aber egal pietro pietro guck mal das ist unser tanz all justice ist das weder das aussieht oder traktion ich muss es tun jetzt manchmal ernst schneemann kreativ destruction kannst du ich stelle mich auf die höchste plattform und dann musst du erkennen wer der richtige busch ist busch links oder rechts manchen ja kann ich ja ich kann es ja auch k k k k k k ich dachte ich soll aufrufen weil der richtigen busch ist alter hier ist meine rüstung was willst du machen ich könnte für mich machen wir runterfallen auf jeden fall zu tun aber gehen wir jungen noch spiele aufweichen kreative destruction ja oder nein wahrscheinlich nicht so easy und ganz so bist du noch da oben ja sie ist zwei ich kann es so easy jetzt erraten wer fällt runter dabei ist ein wund ich werde immer jeder eins in den schuss ich bin zu schön um zu sterben so ein leger so geht auch rüstung angezogen werden rüstung wird angezogen rüstung werden du stehst vor meiner im live stream ihr habt es doch gesehen er stand vor mir war in seinem kopf drin ich schieße einfach nicht nicht aber die hässlichste lachen die ich hier gar nicht krank bin hört sich ein kranker so an womit schöner als schöner schöner ja jetzt muss ich die ganze zeit oh nein du hast mich getötet egal danke jetzt konnte ich mir endlich die scheiß granaten ziehen mein mutter ist doch so gut bist du tot das ist gleich noch mal mehr tot ist guckst du nach unten wo ist der typ ich wollte deine ehren nehmen ehre genommen wenn ich so ganz wie sie genommen ich muss eben nachladen deswegen ist es gut ich bin so krass darfst du kreative destruction der verregt ob pietro fragt ob du kreative destruction darfst was ist das einem so ein spiel so hat es so fordneid aber halt nur auf den Weg naja darf ich aber ich kann nicht nicht oh geiler Schneemann oh geiler Schneemann endlich er fliegt Puder muss los ja 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 kreativ destruction spielen ä äußerst verwirrt was das leben angeht ich bin aber irgendwo hin oh mein Gott oh mein Gott ahiah hehehe eh Geil Ah Maharaj ja euhh ist ja einfach fällt zu geil oder er hätte er einfach so was drin getroffen ja es hat echt zum W teachings zu besorgen wenn wir uns zu hoch bauen dann verlieren wir unsere items ja ja junger mach doch noch mal alles klar wo bist du ja im himmel ich komm mit daher wer wird denn es nicht connected ey ne ne das reicht jetzt auf wo wir nicht denn hin lol wenn du rennst und dir das ganze mal auf dem boden ich war nicht grad selber haaaaaa ich bin halt auch einfach direkt nach unten geflogen weil ich wollte dir halt nen handy geben aber du hast nen handy als erstes gedrückt oh mein oh mein wirst du hast einfach so nen bumm über mich gemacht wie so nen bumm über mich gemacht ja wo ist der denn jetzt schon wieder äh ich wusste das nicht ey ich wusste dass du das bist aber ich wollte so tun und dann ey man ne es juckt mich nicht ey ich hab heute einfach nen für 60 no scope ja komm einer von denen ist nicht ok welcher ok warte aber wenn du da drin bist tut mich nicht ne ok ich wusste das nicht ich wusste das nicht was ist was ist ey was ist warte ich haa 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 nichture haa haa haа haa 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 Jaui sind es wieder raus. Ähm, geht's dir noch gut? Ja, du bist tot. Man kann halt nicht zielen, das ist die... nö. Hi, das geht... Mein Mama hat sich aufgeregt, ich werde den Mandarinen gegessen. die kinder wie meine mutti hat sich aufgeregt wer hat den mandarin gegessen warum ist das so witzig meine mutter hat sich heute aufgeregt wer hat den mandarin gegessen meine mama hat sich heute aufgeregt wer hat den mandarin gegessen die haben nur gegessen oh ha wir haben wirklich zufrieden ich habe es nicht zufrieden ich habe es nicht zufrieden in der luft warum hallo 9 kommt die 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 über die war es hier wird meine mutter hat sich aufgeregt meine mutter hat sich heute aufgeregt wer hat den großen schwanz gelutscht es wird den trinken getränkt wird das trinken ich habe die hässlichste lache ich bin gefahren jungs aber gibt es nur eine sagt die man machen kann das ist einfach zu arg alter ich habe mir ein gutes kämpfer versteckt mein mutter hat sich aufgeregt wer hat den kleinen schwanz gelutscht ich habe mich heute aufgeregt wer hat den berg sein getötzt meine mutter hat sich heute aufgeregt warum ich nicht haben so gute deutsch das war gleich du eine runde menschen für 60 nos koopel wo bist du ich bin für 60 nos koopel ich bin für 60 nos koop nos koop wiii oha ja 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 jungen alter fort man will mich aufklären wenn wir nicht klären so mein Tarno Ich hatte zwei Schüsse und ich bin beide zufrieden. Meine Mama, meine Mama, ich habe den anderen gegessen. die 3 schief eine Nummer so hart das hat nicht zu sterben ok also bei nee nee es reicht von dir sie sind ausgauern dein Leben hat kein Sinn mehr bei jemand hat jemand darin gegessen mein Leben macht keinen Sinn mehr jemals hat meine Mandarinen gegessen mein Leben hat kein Sinn mehr easy meine Mutter hat mich meine Mutter hat gefragt wer hat damit die Mandarinen gegessen ich sagte ich ich bin Vegetarier und kann es nicht gewesen sein weil ich ich esse nur Fleisch und Pinta und Döner die Zerländer finde ich immer dabei ihm hat jungenalte was denkt meine Mutter Mütter auch hier was ich mache was denkt meine Mütter was ich hier mache Nein, die denkt ich nur, wer hat den Mandarinen gegessen? Wer hat den Mandarinen gegessen? Ja, weil das nicht mehr Geld im Wasser frägt. Wer hat den Mandarinen gegessen? Ja, alles klar, wir knallen die ganze Zeit an uns vorbei, aber wenn ich den Physik-Dinoskop des Jahrhunderts mache, dann tut keiner zu. Warum hat jeder die Zuschauer geest? Was geht, ich habe heute einen Berliner gegessen? Ah, wo, du hast einen Berliner gegessen? Du hast einen, du hast einen, aus Berlin hast du gegessen, ein Mensch. Du hast einen Berliner gegessen. Ah, da bist du. Oh, fuck. 360. Ah, fuck. 360, 15, 19. Nein. Der war einfach knapp, der Schuss. Oh, der war so knapp. Mein Schuss war knapp. Mein Mama hat sich aufgeregt, wer hat den Mandarinen gegessen. Den Mandarinen nicht. Ja, auch, das sagt sie auch so. Oh, hab er mir jetzt mal zugesetzt. Ich geh mir da mal gegessen, ne? Oh, ich hab die Mandarinen gegessen. Sorry. Bruder muss Mandarinen gegessen. Sorry, Bruder muss Mandarinen gegessen. Bruder muss losgelaufen. Bruder muss gelaufen. Bruder muss gelaufen. Ja, das sind ja weggebombt. Ich bin auch aufmessen. Aaaaah. Boppt dich die ganze Zeit hoch? Boppt dich die ganze Zeit hoch oder bombt dich mal zu mir? ich habe doch immer hunger ich wollte mal wo da muss losgelaufen wo muss man dahin gegessen ich will mich selber ich kann hier keine sobald sie werfen gegen die kaputt ich glaube ich habe zu viele geworfen das ist noch nicht zu mir aber die auch nur auf häuser werfen kann ich habe den mandarin gegessen ich habe den mandarin gegessen ich habe den mandarin gegessen in den mull alter die kugel wandern war die mandarin da kommst du du mandarin aus perin kommst du hast du riechen auf das von der bitte wieder bei den ständen bestattet von ich habe ich gewöhnt das ist ganz klar die agnose mandarin gegessen jetzt in diesem deutschen Diagnose Autismos ja da sind Waffen und so drinnen damit ich geheimdschungeln kann und so ist egal ich weiß doch wo das andere heimlammer ist ich bediene ich mich jetzt ich bediene mich dann oder muss Mandarinen gegessen jetzt noch mal ohne Schneemann machen also jetzt machen wir ohne Schneemann also ohne Schneemann ich glaube ich habe den Mandarinen gegessen ich glaube ich esse ein Mandarinen alter ich lande auf meiner eigenen Rocket ey ohne diese Implosiebkanaden ich bin auch die Gäste umbringen die Hälfte das war mit zwei Musikern ja das ist das Einzige aber wir dürfen auch nicht nennen muss man gar nicht ein Kind als man schafft man kann machen ohne Schockerlern kann man das Einzige was wichtig mein gott ich dachte ich habe eine eigene rocke zu landen mit Impuls-Gramaten Impulsiv-Gramaten Schock-Brain-Gramaten Versuch mal auf deine eigene rocke zu landen ok fuck aber dann muss ich ja noch fliegen ey ich hab nicht den Mandarinen gekriegt Mann, es geht doch nicht ab das hab ich probiert der Bruder, ich hab nie sie verkraft oh mein gott fuck, Alter ich hab mich fast sehr wahrscheinlich wirklich ohne Schock-Brain-Granaten fuck, wie soll ich jetzt hochkommen ja, ok, dann halt mit Schock-Brain-Granaten oh fuck fuck oh mein gott, oh mein gott oh mein gott oh fuck hast du etwa den Mandarinen gesehen? nein ich trage es dir, ich bin unschuldig was du was du ne, ne es reicht du hast die Mandarinen gegest ne es reicht, du hast die Mandarinen gegest ne es reicht, du hast die Mandarinen Bruder, was ist los Bruder, was ist los? Bruder, was ist los? Junge, Alter Bruder, was ist los? hast du noch einen Rocket Launcher? ja, hab ich auf eigener Rocket landen ich bin nicht so knapp ey der Busse nicht wegkacken oh mein Gott, oh mein Gott nein, Mann, wir sind so idiot oh 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 nein, ich habe mir nach oben geflogen typische Müllprakt mal so sollten sie geschafft oh mein gott nein ja komm nein der hat nicht den mandarin vielleicht auch der hat nicht den mandarin gegessen daran ich habe wenn sie Fuck, Alter. Warum essen die nicht die ganzen... Warum essen die nicht einfach die Mandarine? Warum essen die nicht einfach die Mandarine? Warum essen die nicht einfach die Mandarine? Am Rocket Riben. Alles klar, ich will nichts durch, Alter. Man kann nicht auf seinen eigenen Rocket Riben. Ich glaub nicht mal mehr, dass man überhaupt Rocket Riben kann. Ich glaube, wir haben nicht mehr mit Rocket Riben. Doch ich kann Rocket Riben. Ist keine perfekte Zeit in die Rocket Riben. Komm, mit Rocket Riben, come on. Let's Rocket Riben. Come on. Komm, ich hab die Rocket Riben. Hör doch auf. Komm. Okay, komm. 1, 2, 3. Hey, du bist so an einem Halbziger. Hey, ich hab halt immer wieder gelegt. Du weißt du? Na, 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 na. Fuck, so ab. Wenn ich jetzt wegstörbe. Hey, wo bist du hin? Oh mein Gott, wie kann es sein, dass du mir noch 100 Pits gegeben hast? Du musst doch sterben. Du musst doch sterben. Du musst doch sterben. Das war mein Plan. Das war sogar mein Plan. Du brauchst mir keinen Schaden mehr machen. Komm, du brauchst mir meine Rien gegessen. Komm, du brauchst mir meine Rien gegessen. Komm, du brauchst mir meine Rien gegessen. Ich hab's gesagt, ohne die Granaten hast du mal zugemacht mit diesen Ranaten. Und hab ich mit den Granaten ohne die Granaten gesagt, ich liebe die Granaten. ich hab's gesagt ohne die wandern ich habe bereits 23 siehst du kein wunder dass man gewinnt wieviel hast du zwölf ist auf elf die konkurrenten das hat gesagt ich hab ich hab ich hab ein hr ja kein wunder dass du durch einen ganz schön dass alle waffen nachgeladen hat bestreiner country es geht kommen wir wieder am gamers ich kann es nur mit diesen schenken spüren aber das war ein fehler das war ein fehler was zugebracht hast ja weil du schön bist kommt noch ein normales 1 gegen 1 in spielbide ohne das war ein das war ein das war ein das war ein das ist aber ganz schön auch fachsprecher hoch jetzt bedarf ich die künftet nicht doch Doch, gibt's eine, die ich. Ich bin mal richtig, Alter. Nee, dann hab ich glaub die ganze Zeit nicht. Oha! Junge, also bin ich noch auf 3's Leben, Alter. Hinterher! Ah, das geil wird ein Schock sein. Ich weiß auch nicht, was mir... oder so bedeuten soll. Oh, shit, shit, shit! Oh, fuck. Oh, bye, bye. Wo bist du hin? Boah, shit! Oh, was! Na, das ist so fucking unfair mit deiner Scheißdiegel. Kann aber die gepumpt ist... Boom, boom, boom! Machst du was? Hehehehe! Das ist halt echt... Das ist ein extra Kino. Mach dir mal den hier! Ich mach's so... Wo bist du? Ich geb den Kippen für Leben scharfe. 56. Okay. Da ist der, der Mandarinen gegessen hat! Da ist der, der Mandarinen gegessen hat! Warum haben's nur mein Schnellmann weggemacht? Warum haben's nur mein Schnellmann weggemacht? Ich hab' den Mandarinen gegessen! West Viva! West Viva! West Viva! Oh, mein Gott! 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 Warum hab ich das noch... Warum hab ich nur meinen Scheiß Schneemann ausgezogen? Ich bin auch so dummisch hätt' den einfach anlassen können und dann hätt' du mich nicht gönnen können. Hey, das ist deine letzte Sekunde, ne? Letzte Sekunde, du machst genau weg! Und ich schieß! Das muss ich knicken! West Viva! Du machst ihn einfach weg! Und genau während du das weg machst, hab' dich getan eigentlich schon. Komm, mach wieder weg! Während ich schieße! Nenn! Nenn! Komm, du bist ein bisschen durch! Ah, das geht! Ah, nee, Bruder, lass mal! Ah, Bruder, ey! Ah, Bruder, ey! Ah, Bruder, ey! Die denn leute, neu. Ah, das ist sicherlich! Alles gleich, ich stehe drüber einmal in Nullschuss! Ah, you! Bin' zu cool, hierfür! wie wir das so reagieren wenn du deine erste spende bekommen wird auf jeden fall das war ein 150er headshot man ist angenommen der meint ob ich seine dann genommen habe das war ein notgrund ich habe den mandarin gegessen warum muss ich sterben ich habe nur den mandarin nicht doch nicht ja was so kann ich denn nicht will jemand mitspielen ich kann doch nicht vor allem hast du schon meine d a angenommen ich habe die wahl nach ihnen gegessen das wird sofort geändert country home west war einmal der ist richtig schön was schießt es nicht bist du aber tschüss gett ein komplettes nicht mehr jetzt war ja ich glaube ich habe mir die und bist du hier wie du wirst ein alter magnum im pump ist so krank kommt keine sorge ich habe den sport zerstört du kannst du das darf man auch nicht gesagt das ist ein spiel muss es aber kopf hoch aber hochkopf Oha, aufhört die Oha, aufhört die Du bist da mit dieser Tube drin Oh, oh geil Du hast dir geblieben Oh, 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 oh Oh, 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 oh Du hast dir die Mapparine gegessen Du hast dir die Mapparine gegessen Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Du scheitere Kettenwerfer Typ Du hast dir die Mapparine gegessen Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Du 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 kannst du alleine hast den Mandarinen ganz alleine gegessen Uh Fuck Wanne dir Uh Zwingli Oh, oh Oh, oh Oh, oh Du scheiße Checker alter Fuck you ich wollte mich eigentlich mit dem ballon hochboosten aber das ist mir eingefallen warte mal wenn ich mich doch jetzt hochbooste dann verlierst du mein item ich habe drei leben ich habe das leben gesponsert ich gebe auf ich habe literally one hit ein alter so 18 leben und du versteckst dich mit seiner enttäuschung wo bist du hast du den mandarin gegessen nein aber ich habe die 18 leben die jetzt ich hab dich schon weggefuckt warte mal ich hab dich aber warte ich klipp das ich klipp das ich hab dich einfach zu mir geschleudert hast du etwa den mandarin gegessen nein ich hab nur in deinen eier gegessen und ich hab dir deinen tod gegönnt ich bin viel zu cool um zu sterben ich bin viel zu cool um zu sterben ich bin viel zu cool um zu sterben du hast nicht den mandarin gegessen oder doch ganz ja kannst du dich noch an die waffe erinnern Ah, nein. Wie warst du dich? Also, die hat mir auch ein Ding. Oh, Geil. Nein, du bist so lauf. Ich bin doch Krähen. Jetzt bin ich von neben dir. Jetzt bin ich von neben dir. Jetzt bin ich von neben dir. Weil wir den Spawn kaputt machen. Wie musst du den Spawn kaputt machen, Alter? Bye! Er hat dir Montarier gegessen! Er hat dir Montarier gegessen! Jung alter! Wie sag ich mich da hinrause? Ich krieg die ganze Zeit schluss Nachrichten, alter. Ah ja? TikTok! Ich hab mal wieder mega viele Fans. Nichts Neues. Wo bist du sein! Ich mach das genau vor dir! ja jetzt soll ich mal die paketen der frau ich lasst du sagst du ich hab 20 schon gut kommt aber das unser papis in meinem team ja egal kann ich ihn kippt aber es geht ich hab die margarin gegessen ja ich hab mehr külter zu ich hab doch gesagt das noch mal neustach weil wir wieder neu starten müssen den party das jetzt auch damit zu tun ich setze es mehr von diesen mega zu uns in die heimkriege mit labern ich bin ja auch vielleicht einstattung nein ist er nicht in der partie mann war nicht mehr na das lebt bei mir nicht hat es geht auch noch Tonnettel bis zu den Mandarinen gehst, äh Fatih Ich hab die Mandarinen gegesscht Junge, was für Mandarinen? Alter, schön im Leis, schön lasst der was für Ich und Berth, dann lachen wir sehr viel Schrott Ich hab die Mandarinen gegesscht Letzten, hast du das gemacht? Ja, nein, das hat mich und Berth haben gerade zusammengebaut Also, wer kann, äh, dann, wir wollten eigentlich ein Sniperbettel machen, aber daraus ist ein Pappen, dann sind alles Bettel geworden Bei mir steht einfach dauerhaft wiederherstellung der Insel Ah, alles klar, du spawn Ich brauchst du mal eure Party, du brauchst du das Team Ey, Fehl, du musst kurz was machen Ich bin Team 6 oder so Ey, Fehl, du musst kurz was machen Mach, du kannst ja Sachen bauen, du kannst ja Sachen bauen, oder? Ja, kann nicht Dann mach jetzt eine Truhe, also bau irgendwo eine Truhe hin In die Höhle vielleicht, in diese Höhle, bau da eine Truhe hin Mit, ähm, epischen Raketenwerfer Also, tu jetzt die Sache in die Truhe rein Sag dann, was du rein, tue ich Epischer Raketenwerfer Hab ich Genau, wo ich runtergeflogen bin, Alter Hab ich Und dann warte, brauchst du überhaupt gar nicht Ja, ich bin gespawnt, weil ich hatte die ganze Blacks rund Leute, was machen wir jetzt, Pam oder, weil ich hab nur Sniper Ja, hast du eine Kiste aufgemacht? Mach, wir öffnen doch keine Kiste, Alter Spiel hat doch nicht mal angefangen, ne? Man muss das Spiel noch starten, ne? Hm, Alter Wer hat die Mandarinen gegessen? Wer hat denn noch zu die Mandarinen gewisst? Ja, okay, starte jetzt das Spiel Ja Also, ich hab nur Sniper Ja, das ist ja auch der Winderball Wir machen jetzt erstmal Ja, 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 Kramp Ja, Kramp Nein, in den Truhen sind nur Sniper's drin Wir machen erstmal nur Sniper's Betten und dann von einer, die das Geheimversteck findet Hey, ihr wisst ja, wo das Geheimversteck ist Geheimversteck ist Ich weiß nicht, wir wissen ja, wo das Geheimversteck ist Wir wissen ja, wo das Geheimversteck ist, ne? Gesteck, ja, Alter Gesteck Was, du meinst doch Geheimversteck Ja Oh, aber ohne Ballons, okay? Hm, warum? Weil du meinst doch selber, die sind mega scheiße, wenn man die ganze unten geht Ey, Fatih, komm, wir fighten Hinter dir Ich mach die Ballons kurz weg Ja, okay, schon Nö, ich schmeiß die einfach auf den Boden, wohin gehst du? Nö, mit dir fighten, komm Komm, komm, mit mir fighten, komm Oh, ich mach dein Spiel Nein Das ist nicht nur Partie Das ist nicht nur Partie Das bin ich, okay Aber ich wollte es mal töten Hey, warum kann ich die Ey, nein, mit Ballons Mit Ballon, äh, Luft kann man nicht ziehen, mit Ballons Ey, wir haben gar kein Spiel gestartet Wir haben gar kein Spiel gestartet Ich hab doch Spiele, Schalte Ich hab doch Spiele, Schalte Ich hab doch Spiele, Schalte Ich hab doch schon hab ihn Wir dürfen nicht fliegen, denn wir sind zu spiel macht nichts kaputt oder so lassen auch keine kisten ich habe meine waffen ich kann mich nicht bewegen ich lege noch jetzt sollen wir uns damit gestartet hat hier auch jetzt geht's los doch trotzdem kann die wert des fliegens nicht erziehen lassen und dann kann man sehen in der luft wenn man ja ich meine waffen heute ist mein spawn kaputt danke da kommt scheiß drauf es geht für mich jetzt auch los und hat die mit der ehre genommen ja deine herrn warte sehen wir gleich welche ich mit der jahre wäre mit der jahre werden das war glück wenn das kein glück war mehr dann weiß ich auch nicht kommt noch was macht jetzt schon längst ja ich greife doch viel an alter ich komme halt nicht den wachstum oder verletzt der mieter mit gekommen bei mir auch nicht unter mir aber ich möchte ich habe mich das ist nicht so hart herum man ist es nicht so leckten einfach nicht mir ja ich kann nicht mehr raus ich kann dich nicht das was wir alle sagen das weiß ich alle sagen ich konnte nicht spielen dass wir sie alle sagen man erlebt nicht mal seine waffen nach so hat lecktes welche sachen platziert haben wir ich kannst du nicht ficken ich nehme noch mehr place hallo ich komme gleich wieder bringt mich nicht war das neunziger 20 habas ja doch guck jetzt ja was guck jetzt was jetzt guckt ja wie ich sag so der schnee man hat was gebraucht wie ich mich gerade erschreckt da kommt ich wollte gerade nicht noch abschießen alter weißt du wie junges sieht etwas von krieg aus wie die neue ist vor allen Dingen er herrn meine Mutter ruft mich gerade an obwohl ich meinen Bruder anrufen wollte Mama schon wieder falsch Mama tschau 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 ok bye also geh jetzt raus bitte ey wer will fighten hm ah du willst fighten Helmut fill eigentlich hin das wär so ein Headshot im äh hättest du dir scheißkostüm nicht an das wär so ein Headshot Hahn schratt huu tu easy alter ja hoffnung ja hoffnung will ich mal sagen ja hoffnung will ich mal fahrt noch einmal ich will ja wahrscheinlich okay ich weiß dass du aufgeregt bist und ich respektiere das schauer aufgeregt ich weiß die weg alter fiktiere ist wenn jemand aufgeregt ist als bieten ist deshalb lege ich dir jetzt weg also alle weg jetzt habe ich keine mehr hatte ich komme dann wieder rein jetzt wirklich geliebt ja ich gehe rein ich komme gleich aber wieder vielleicht 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 ja vielleicht ja 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 du ja ja du 4 okay hey potty potty hey potty hörst du mich hallo potty 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 Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? ist das? Was ist das? Was ist das? ist das? ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? ist das? ist das? ist das? ist das? das ist das? ist das? ist das? ich weiß ich weiß das ist das? das ist das? das ist das? ist das? das ist das? das ist das? das ist das? das? das ist das? das ist das? das ist das? ich weiß alles wiederum soll ich dir mit dem goldenen pfetter helfen? warte da töte du ihn ich hätte du ihn gebraucht ja an aufgaben oder so fuck unser flug ist weg an ein kummer oder flug es ist einfach perfekt runter geflogen ja okay flotten flieger hier dann sag ich halt flotten ich bin so gut mit einem schluckstück und so gut im flugzeug heavy da sind die ganzen mini alter noch ein hit ausgegeben muss wieder reloaden vor dem rift nehmen wir leben warte ich bin lieber den chuck chuck kreisen zwei biggies kann sein warte ja sorry ja okay rift uns alles klar komm wir gehst wir holen uns rückzeuge ok ich hole kurz ein fluggy das hört nicht lange dauern ein flauschen flieger warte ich check diese seilbahn nicht ich war drauf und dann wurde ich einfach runter geschmissen oh mein gott was für ein lach ey schlimme nachricht hier ist kein fluggy sorry sorry abi und weiß was noob da kann ich mich hier holen so abi ich gehe die ganze Zeit zurück ohne Grund ich bin auf der seilbahn und werde die ganze Zeit zurückgedreht mal lecker ich kann mich beeinträchtigen ich hab jetzt habe ich auch nicht ich schaffe diese runde noch und wenn ich einen flauschen flieger finde dann schaffe ich es noch aber guck mal ich sehe die das bestimmt die nubes die gezielt haben ich nehme die jetzt ok komm ich will einfach einen handy lampen ja nicht bleib 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 okay guck mal sie kommt immer rein und meint dass mein spielzeit vorbei wäre dann alles ich ergebe mich kein stress hier ich brauche hier so die Friedenstreppe ok ja ciao lügner alter ja hat sie gebracht zu schießen haha ich kann mich auch hochbauen alter alles klar ja zwei gegen einen jungen alter ich schick's nicht ja und ich hab den einfach noch ein halt die fresse ich habe den 77 77 hits gegeben du bist hässlich du bist grüppelig du bist ganz behindert hahaha ich weiß dass sie ihre ehre genommen haben ja meine ich ja ich hab ihnen drei headys gegeben ja nein so gut geht's auch nicht besser als ich aber du kriegst eine null in deinem nächsten test in deinem nächsten test kriegst du eine fünf viel kriegt im nächsten test eine sechs und ich krieg im nächsten test eine acht ich halte die fresse du bist hässlich du bist ein jude ich hab meinen live stream an ich hab meinen live stream an also tue ich das alles mama sagen zeigen melden ja okay ich merke mir was hast du gerade mama beleidigt was hast du gesagt das sag ich mama kommen wir lassen hier ich hab das hier schon siehst du es gut er kann doch schon und dann drei stunden lang durchzocken kannst nicht so wie er eine stunde wie lange darfst du spielen ähm ähm fünfer 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 keine ahnung wahl ist dein pech das nicht viel ist also ha Stimmt's, Halt, Schatz. Die Headshorts. Dax, Halt. Lass uns auf die Schatz. Lass uns auf die Schatz. er wird die epische verhaken lassen ich hole mir die jetzt jetzt müssen wir wieder hoch und als flugverkunden war da ein flugzeug da ist ein flugzeug aus dem englischen namen so ein englischer name der kompieren kommen das flugzeug ein ich weiß noch musik ich meine ich bin ganz ehrlich aber ich habe keine ja auch hier und hast du nicht nur wusste die ganze munition die war es ja erblich habe ich habe nur noch einmal herr 42 hier ja bitte kommt 3 und ich glaube ich nicht verflügt ja das ist abgehauen ja ich habe hier die Klappe in zwei ja wir suchen gerade ein Flugzeug das Flugzeug ist einfach geschmitten und jetzt schon da dann kommt so und mit den Taschenriss ja bitte ja bitte ey unser Flugi schau mal auf dich was für D.O.2 dann aber hä? was ich mir mache ich kann ja nicht mehr für mich von Krali die werden angeschossen hat jemand Muni? hat jemand Muni? hat jemand Muni? VAR? ich hab einen Muni äh gib mal bitte ich hab keine Muni außer 76 jung alter guck mal bitte hallo gehälter hat dein Bruder ja wie ohne Muni alter ich hab einen justen Wappung jung ich werde auch von hinten sauber hör auf den Berg nice und hier ist noch einer ich hab nur zusammengeknüpft von geistern wie 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 ich geh ich hol ihn doch gerade raus ja ja ich hab ja nichts gemacht außer zwei leute genockt ne ich hab nichts gemacht außer zwei leute genockt ne ja dann zockt doch nicht mit uns dann kommt doch nicht in unsere Party und fragt ob du zocken willst dann kommt doch nicht in unsere Party und fragt ob du zocken willst ich wollte nur noch fragen ob er mit uns vielleicht Skywars zocken will ja wie Spielzeit er redet da ich geh jetzt Spielzeit ja und da geht er raus und lass dann Duo Skywars warte komm Party Check komm Party Check ja mach kreativ mach kreativ nein ich muss nicht zum Gruppanführer machen du musst das machen ich war halt nicht zum Gruppanführer machen was ich und und ich mich vielleicht die besser denn die die weil da war ja der in den General geplatzt und mich zusammenschlagen hat weil ich zu lange solch eine Minute und sie zu lange gespielt habe Herr Wiesmann ist mir auch aufgefallen, dass mein Stiefvater weg ist jedes Mal, wenn meine Mutter reinkommt und sagt, mach aus, dann mach ich auch aus Herr Wiesmann war der Stiefvater scheiße, oder? Scheiße Hä, wo ist das hin, Skywars? Skywars ist Red Tears Du kannst das selber einstellen, du kannst das selber einstellen hier, in den Code Aber ich weiß nicht, wie das heißt, was der Code ist Hier, Ice King Challenge, ist auch ein Puzzle-Parcours, wollen wir den machen? Ja, komm Wir starten Was glaub ich wieder so ein Parcours? Win-Punkt gespawnt Ja, du musstest, ja, warum bist du noch nicht runter gesprungen? Du kannst doch falschen müssen Nein, weil ich hatte da den Spawn-Point Ich wurde schon gespawnt Spawn-Points Jetzt starte Spielen Wenn du dich mal in der Luft, komm runter, mach mal runter, mach mal runter zu mir Okay, ich komm mal was direkt runter Ja, aber wie soll ich denn da rein und ich weiß ja nicht, wo du bist Hier, Junge, Alter, hier ganz Hier, Junge, Alter, hier ganz Das ist ein Fall, ich weiß, wo du bist Hier, siehst du jetzt, bist du warmiges Ballen Hier, deine Bandage Was auch immer das bringen soll Ich brauch zwei Erster Checkpoint Geil Komm, alles, äh Warte Okay, warte Das ist schwierig Und jetzt kann ich versuchen Ah, fuck Ich lebe Ja, fuck, da war noch ein Fall Ich muss noch so viel fein Hardcore Ach, wir müssen uns vernünftig umgucken Vielleicht geht's da hinten So, komm, liegt schon gleich auch So, getriggert Geh durch das Ach, nee, das ist zu froh Und das die Lösung ist, weiß ich auch nicht Oh mein Gott, ich dränge mich gerade durch Ich hab's Guck mal Ich mach's auch Hä? Wie siehst du diese Linie in der Mitte? Ja, da musst du dich so erplanken Aber das ist nicht der Sinn Dass wir noch in der Zeit Komm wieder zurück Scheiß Den Anfang kann man doch nicht mal schaffen, Alter Doch, doch, hier geht's Oh, das ist hier zu geil, dass ich mir da hochkomme Äh, wo bist du? Wir müssen das zusammen machen Ähm, das steht nirgends so geschrieben, dass man das zusammen machen muss Also Ich will das schon mit Ich dränge mich auch grad durch Nimm ihn auf das Flütleid Wird das nicht verbauten Ich hab's auch gemacht Ja, ich bin jetzt out of bound Komm nicht mehr rein Hey, ich glaub, das soll ich das Spielprinzip und James Online Ich bin jetzt hier gerade rum Also irgendwo rum Kann er rumfliegen, Jamie? Jamie ist noch nicht mal drin, der ist nur rum direkt Ah, hier geht's irgendwie hoch Ja, hier geht's irgendwie hoch Und die Frage ist, wo kommt man da hin? Hallo? 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 Ich geh morgen auch nicht, ich geh morgen nicht zur Schule Nicht schon mal Aber das ist unmöglich zu schaffen, so ein hoher Sprung schafft man einfach nicht Ja, ach Was macht ihr denn? Guck mal, man kann hier an der Seite Leute, was macht ihr? Wir machen so ein Parcours, das ist schwer Seid ihr am Anfang, am Ende? Am Anfang, kommt ihr am Anfang, wir haben die Parcours gerade gestartet Ah, ich glaub ich weich Wartet mal am Anfang auf, bitte, ich komm mal auf Ja, dann komm rein Ja, aber die kommt gleich mal weiter, das ist voll schwer Ja, wenn ihr weiterkommt, bleibt da stehen, okay? Ja Wir sind beim allerersten Parcours Wir kommen schon nicht weiter Ich hab ne Idee Und, äh Hä, die Schrift Ist halt wirklich unmöglich Ja, das ist halt Es scheint nicht unmöglich Was, ich bin einfach eingefallen ausgesehen Ich hab nicht Ich hab so gedacht, ich geh jetzt mal in Fortnite Es ist eh jetzt heute eh keinem mehr online Ich spielst du Weil ihr seid ja noch alle online Sollten nicht online sein Aber ich bin so in every day, every night Warte mal, ich geh vielleicht irgendwo lang Dann vielleicht muss man auch irgendwo am Anfang lang oder so Diese Ohrenschmerzen, die gehen nicht weg Mit Ich geh nicht Es ist aber unmöglich Ich hab schon am ersten Sprung Es kann nicht möglich sein Doch es ist möglich Ich bin schon mal Ich hab's jetzt Ich hab's jetzt Ich hab's jetzt Ich hab's jetzt Am ersten 2 Ich hab's jetzt Am ersten 2 Ich hab's jetzt diese haben wir nur verstanden ich war heute bei meiner und künstlichkeit fast auch alles 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 ich kann mich nicht verstehen bei mir läuft im film normal aber er lebt manchmal ich bin fest ich bin festgebackt ich komme jetzt geschafft das ist immer eine stimme bei dir habt ihr es geschafft nein es ist also aus dem telefon reden aber warum ist hier so eine offene türe alles klappt nur recht warum ich meine reinkommen tausender pingen jenny drei jungen als er steht schon in den jungen okay jetzt ich hab mich tausend manchmal auf den pin zu klauen alle es muss auch passen den jungen aber das macht das man noch mal du musst nur darum weil ich warum ich hier eine treppe das ist Was machst du? Junge, was machst du, Alter? Oh, ich hab das Spiel startet. Ist schon gestartet. Bei mir nicht? Sorry. Hä? Hä? Er sagt so bei dir nicht, aber wie konnte ich das damit beenden? Ja, ich hab auf Spiel starten gedrückt und hab mich auf Spielsätzen gedrückt. Das ist ja alles. Mich gemerkt hab, ich hab gedacht, das startet bei mir nicht. Deswegen hab ich da noch mal schnell aufgegriffen. Ja, toll, jetzt bin ich die Blackstream, danke. Geht kreativ in den Sinn. Nein, musst du nicht, musst du nicht. Trotzdem, Alter. Guck, bei mir geht's, ich spawn in der Luft, ich fliegt wieder ganz runter. Ich sterbe. Oder vielleicht ist es ja, wenn du willst, ich spawn. Ich bin jetzt ein Hacker. Ich bleib hier nicht. Oder nein, komm, ich mach's vernünftig. Ja, sonst kann man diesen Scheiß, die machen, weil er unnötig ist. Das ist ja nicht fliegen, nicht fliegen, also man muss rund unten sein. Hä, aber wo muss ich denn nacken hier? Okay, wo seid ihr? Das. Wo muss ich denn hier laufen? Das, ich war nicht mal in der Nähe. Das hier, das hier ist das erste. Wo muss ich irgendwie da jetzt rüber jumpen, wo das voll schwer ist. Der Spruch ist aber unmöglich. Nein, ich ja. Was ist einfach wirklich schleifert? Ah, ich klasse da. Also, ich habe hier so eine Methode gefunden, man geht hier rum. Aber Jenny folgt mir mal. Folgt mir mal. Ich will dir was zeigen. Ich will die Logik checken. Du musst mit mir die Logik checken. Warte. Guck jetzt links. Warum ist deine Treppen? Warum muss ich da auf? Und da ist auch so ein Kinder-Jumpen-Möhr. Aber die Frage ist, wie kommt man da hin? Guck mal, was da ist. Oh, sorry. Jetzt ist halt die Tür. Wenn man da lang geht, dann muss man halt von der Tür aus da auf diesen Stein und dann kann man da hoch. Ey, ich habe einen Plan, der so geistig behindert ist, dass er vielleicht sogar funktionieren würde. Hier, guck dir jetzt. Oh fuck. Wenn ich den Sprung gleich schaffe, weil hier gibt es ja zwei Sprung, wo man den schafft und den anderen nicht, ne? So kritisch. Der erste Sprung ist alles, was man machen muss. Wenn man den hat, dann ist man fertig. Wenn man den einfach kann. Okay, ich kann den jetzt. Oh fuck. Ich habe ihn ja erst einmal probiert, ne? Kann ja noch alles wirklich sein. Kann ja noch alles wirklich sein. Oh. Oh. Wenn ich kämpfen. Oh mein Gott, wie nach vorne und weitergerannt. Oh. Oh, was ist das hier? Oh. Oh. Dieses verfickte Scheiße geht doch. Junge, alter, ich habe es noch geschafft, aber ich wurde gebackt. Weil du die Fallen davor aktiviert hast. ich bin so schwer komm schon ich bin Realschüler ich bin genauso im Schüler genauso, ja weil ich bin so dumm, ich weiß nicht, wo ich geh ok, ja das ist so unmöglich, die dieses Scheiße diese Scheiße Spaß es wird auch gar nicht dieses Scheiße es muss irgendwie anders möglich sein weil das ist, das geht niemals und das Ding ist ja, wenn du da drauf gehst, wo willst du dann hin? vielleicht, äh, guck mal, da wäre noch ein Stein komm mal, guck mal, spring mal und guck mal, da geht's irgendwo lang ja ja, da war ich auch schon ja, okay, ich bin jetzt einmal hier in diesen Daten herumgelaufen nichts, einfach nichts oh, oh mein Gott wenn ich nicht weiß, dann weiß keiner ich hab die Idee ah, fuck, Henglet ist aus scheiße ich hab's ich weiß, wie es geht ihr müsst auf das Geländer gehen auf das ihr müsst auf das Geländer gehen ja, das weiß hä, da war ich doch grad schon das hat aber immer noch nicht geklappt fuck und auch das zweite ist zuerst auf die Fackel springt nicht direkt auf den Stein und dann auf die Fackel und dann erst auf den Stein geht ihr? das ist halt logisch ich geh mal kurz weg, guck jetzt da, fuck hä, gerade bin ich drauf gelandet die machen ja, Jamie mach's du musst an die Fackel ey, hör doch auf hör auf hör auf dann rennen siehst du spring auf die Fackel drauf du kannst auf der stehen auf welcher Fackel? junge alte doloser Ehre ich brügel dich nicht ich glaube ich mich auch gekillt aber egal ja und dann will ich dich halt eben noch mal auf die fackel sagt die fackel hat keine fucking hitbox ich springe einfach ich bringe über dieses feld jungs ich habe irgendwie so 20 fallen aktiviert ohne dadurch zu sterben hatte ich auch gerade 2 2 hör doch auf witzig jünger alltag du ehrenloser du bist nicht mehr getötet ja ok wir sind getötet wir töten warte du meintest so wert sein hat die fackeln ne hitboxen oder? ja natürlich naja du hast 10 hp halt auf wöchsen ich bin auf dem zweiten dritte oh ich bin am ende jungs ist es einfach nur ein bisschen balancieren müsst ihr ihr müsst einfach nur statt dass ihr rennt und springt müsst einfach nur springen und dann halt einfach geradeaus gehen glaub ich es gemacht gibt es irgendwie was ne gibt es nichts außer diese treffe dieser scheiß 1 cm geländersprung hey schafft ihr das du musst da drauf und müssen wir umgekommen dann mach hab's easy easy peasy und dann von alles ist einfach klar zack hier hoch ja und hier ist schick voll ja hier ist nichts schmerz elis immer weg immer kurz was hier der erste sprung ist das einzige schwerer alter 20 eine hitbox davor ja ja logik ich hätte es so knapp geschafft alter ich hätte nicht wirklich durch ja mach halt ich mache ihnen ist eingefallen der parkour ist rückwärts unmöglich ich habe es geschafft es ist einfach so hat es so hat perfekter sprung machen muss um darauf zu landen ich habe es auch aber ich komme nicht mehr ich habe es geschafft wenn du bei der treppe ist eine rechte gruppe dritten wochen jenny dreht man dann guck mal hinter dir ganz so gut guck mal hier ja muss halt einfach machen ich schaffe ich war gerade auf dem teil da oben drauf ja schon wieder drauf ist gar nicht mal so schwer eigentlich ist noch von uns ich habe eine andere ich weiß auch und dann ist ich komme euch auf diesen scheiß das ist einfach der easyste schrug und muss aufs geländer der so easy soll ich nicht auf den länder gehen hier kann hier sagt fehl du bist so hart problem schon jetzt also ich noch gar nicht schützen eine kleine scheißbeule jetzt war ja diese ecke du musst aufs geländer jetzt das geländer runter rennen so runter rennen seitlich darauf spüren also habe ich es gemacht sagt ich kann man nicht mehr hoch abgeschafft endlich zum checkpoint einfach mal auf den treppen und so drauf und schule muss sich die tür da muss ich einmal mehr schriftlich nein du musst dich einmal sterben lassen dann gilt er nicht haben wir beide gemacht und jetzt ich mache den jetzt in sie ja ich hab's geschafft ich bin hier oben kummer schicke was weiter direkt ja ich hab's geschafft um ein jungs wo muss ich hin jungs ich weiß nicht wo ich hin muss jetzt könnt ihr mir helfen ich weiß ich will ich einfach nicht mal gerannt aber das ist der schwerste part warum der schwerste part jungs ich muss hier einfach um eine ecke hüpfen denke ich schaff das dann bin ich am checkpoint aber auch nein ich diese eine ecke alter jungs am ende müsst ihr einfach um eine ecke herum springen und auf den checkpoints kommt das passt unmöglich ich spring früher ab als du denkst also wenn du dir denkst jetzt nicht abspringen sonst bin ich ein bisschen zu früh dann springer weil du hübschen höher als du denkst man macht einfach jungen alter ich habe mich einfach runter gehauen das war nur 11 bin einfach nach oben geschwungen und dann wurde ich einfach nach unten geschleudert mann ihr müsst um diese ecke herumlaufen warte versuche euch das mal anders zu demonstrieren spring doch springt nicht springt nicht jungs springt nicht ich muss euch das erst mal zeigen mann er tut mich die ganze zeit wenn ich ihn einmal töten guck jetzt ihr geht hier dann versucht ihr so herauszufinden wo die ecke euch wechseln ich gehe mal runter versucht ihr so herauszufinden wo die ecke euch weg drücken und dann ja siehst du das war zum beispiel zu ich habe ich einfach geschafft und jungs ihr müsst dann später auf n wie heißt das ja ist das eine lampen balancieren also ihr müsst von lampe zu lampe springen so ein jump und machen das ist so scheiße mann so ein schein geh vor wie den sprung der sprung so möglich der geht nicht für mich doch der geht nicht für mich geht der nicht für mich geht der nicht dem hey ich würde schon wieder runtergebracht locker locker bin ich bei euch überhaupt gar nicht gesprungen oder bei mir nicht oh mein gott nein ich hab nie fast ihr müsst so um diese beule herum springen ich weiß auch nicht wie ich hatte es gerade bin die ganze zeit guck mal ich bin vorne die ganze zeit auf diese scheiß kann sie dann rauf ich habe jetzt die beule rum springen aber ja ich bin ich bin die ganze zeit in dieser beule herum gesprungen guck mal guck mal guck mal ich kann da drum springen aber ich komme mal irgendwie nicht drauf ja du wurdest weg ich bin ich bin nur kurz hier geht es weiter ich habe es nicht gesprungen es springt einfach nicht das erste mal wenn ich weiß hat mich noch ich weiß jetzt nicht machen jetzt auch wie es geht dann lassen wir platz ja es geht ich weiß es geht man muss einfach um so einen perfekten aber so um ein perfektes kleines stückchen einfach um den tag einfach um diesen dieses ding herum das ist so schwer ich habe das nicht ich habe das noch alle hinter sondern nur noch nicht die falle kann also die mädte jetzt schon wer hat er hat jetzt schon und der muss immer ein perfektes abspring es nervt einfach ja ist so hoffentlich schaffen wir es dadurch bei mir springt da manchmal einfach gar nicht das lässt mich auch zweifeln jetzt wirklich ich kann das nicht ich weiß ich weiß nicht wie es geht er muss nach ganz hinten gehen aber so viel schon wie möglich und dann schafft es diesen weil ich habe die ganze zeit nicht vollen schwung genommen so komplett voll schwung genommen ja so knapp auch so knapp ich lande da aber ich sterbe nicht die ich springe zu weit nach außen ich brauche ein bisschen abwechslung ich mache jetzt den ganzen pack von neu ok was ich brauche abwechslung ich kann es die ganze zeit denselben sprung versuchen macht ich irgendwann krank ich meine ich kann ja nicht die ganze verlieren da muss ich auch mal den anderen parkour gewinnen er hat mich einfach fast runter gedrückt ich kann nicht mal springen lasst mich jetzt nur jungs ich mach das jetzt du hast mich getötet hey jung aber du bist so ehrenlos nicht nein eine zentimeter jungen alter mein c ist gebrochen so halt hab ich ihn gerührt jungen ehre genommen mutter genommen jungen alter bekommen ich nicht ich mag ich habe es nun einfach nicht rennt er fängt nicht an zu retten macht es weiter nein du bist ein stadt das ist ein stadt da unten ist ein stadt siehst du da unten den jahr du kannst aber auch in ein muster der stadt da schon man kann auch da drauf da unten der da war ich kann ein junger alter da kommt man nicht weiter auf diesen stadt da auf den holzstab ja jetzt gehst du auch diese flagge auf die schlange ja ja ich hatte das so eine kleine kante siehst du die der katzen auf auf die jahre leben muss auf die kleine kante springt drauf kommt schafft das ich krieg hier noch mal nicht ich mache ich nur für dich nicht wahr ich habe ich glaube ich mache jetzt damit ich weiter kommen kann ich heute auch so weiter kommen nein nein wir haben ja den sprung geschafft ich warte hier ich will sehen wie viele schlachten guck mich mal an das nicht gesprungen muss auf diese kleine karte springen dann muss man drauf springen und dann muss man auf die fackeln drauf springen ich schlag diesen haben so weiter springt wieder nicht warum tut dieser ich hab dir nicht mal was getan was musst du erkennen wenn du spaß die training stadt köln nein es war ein zentimeter es war ein fucking zentimeter warum kommt er die ganze zeit rein ich hab mich nicht zu tun jungen alter ich hab dich halt die schrungen gemacht ich komme du schaffst was jamie ich kann die ganze Zeit guck mal jamie, der ist ein bunny, der ist ein hase komm ich lass dich mal ey wieviel Leben hast du? 50 bring mir Glück, gib mir, so, mach so, das bringt mir Glück nein mach mir 50 Leben lass mich junger alter, das schmeißt schon junger alter ja hä, was meinst du? du hast gesagt, ich soll dich schlafen nein, ich meinte das zu jamie, alter jamie, ich muss den Glückshits geben ja komm, man weiß nicht warte, wer hat dich geschehen ja, ich hab Glückshits Glückshits sind eine Lüge, Jungs ich hab mal den Scheissprung Jungs, 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 Jungs Jungs, 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 Jungs Jungs, 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 Jungs Jungs, Jungs, Jungs ich war viel auf euch I Love You mach mir voll Leben alter kipp mir, kipp mir eins ich gehe jetzt mal pissen wenn ihr dann immer noch nicht irgendwie weitergekommen seit dem lachen wenn ich eine waffe hatte ich weiß nicht warum weil ich bei ihm ich hab's doch niemals doch der ist einfach das ist einfachste sprung ich bin einfach zu weit gesprungen letztes mal haben wir es nicht geschafft auf den ersten block zu kommen dann haben wir es alle geschafft und ich glaube daran wenn ich es gerade am nächsten checkpoint zu kommen ich bin auch da bleibt da unten die sprüche dazu muss auf die lampe springen dann von der einheit auf die andere lampe ja und dann halt noch ganz oben manche auf die fackel oder was auf die fackel aber ich habe gedacht die fackel haben keine hitbox ja die hat anscheinend eine habe ich mir auch gefragt aber wie sollst du ja anders hochkommen wenn ich durch die fackel und ich war ja schon ab ende um die ecke springen die ecke herum deswegen ist es auch so scheiße auf jeden fall ich war nicht was ich gehe kurz was zu trinken glückselt 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 scheiß mit alter zum glückselt dafür gibst du mir jetzt zwei da gibt es noch ein dass ich noch ein ja das reicht das reicht also direkt aus rost ist so nein ich habe ich habe ich habe jetzt ich habe ich habe ich habe ich war gut aber bei mir runtergebracht wenn die mutter und ja ich weiß bei mir packen diese scheiß beule alter nein ich war doch drauf alter ich habe nicht zufrieden sein kann ich steckern die scheiße ich war auch traurig um das körper neben schweizer hinten einfach das zweite um die wochen schon wir sind erst beim zweiten müssen noch den ganzen turm hoch alter das wollen wir machen wenn wir drinnen und nicht gibt es nur So, ähm, keine Ahnung, fünf Checkpoints oder so. Oder der Map Creator war ein Arschloch. Und ich wette mal auf, der Map Creator war ein Arschloch. Denn so oft wie ich sterbe, kann er ja nur ein Arschloch sein. Wer? Der Map Creator. Wir hoffen, dass der wenigstens... Jetzt gehst du, guck, du springst auf die Fackel draus. Mit ein bisschen Schwung, aber nicht zu viel, das ist mega schwer. Warte. Nee, man muss auf dieses Ding springen, auf das Holz Ding, das schafft man. Das schafft man nicht. Ah, und wer soll das sein? Guck, man springt ja so hoch. So, Alter, die will man das hinkriegen. Du weißt, selber dann kriegt das nicht hin. Denkst du, ich hab's nicht versucht? Guck mal, ich zeig's dir jetzt, okay? Ich schaff das. Guck mal, ich zeig dir das jetzt. EIS OCK! Junge Phil, ich hab's gerade wieder geschafft. Und ich war fast bei Piel. Ja, du hast auch nicht geschafft. Map Creator, du bist ein Arschloch. Oh, wo ist Phil? Das hat mich einfach gefakt, Alter, ausgefakt, hab ich gesagt. Man muss aber an der Wand sein, um den Schwung zu schaffen. Komischerweise. Ja, danke. Dank, danke. Glücksfix hab ich das jetzt. Ja. Ich schaffe es. Guck, ich mach das jetzt mit der Fackel. Ja, ich bin auf der Fackel drauf. Check, 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 warte. Warte, warte. Guck, zeig, zeig. Ich hab auf der Fackel drauf. Zeig, wo bist du? Ja, so quiet, guck, guck. Kuck, guck, guck, guck auf der Fackel. Ich hab das gesehen. Ich bin hier ganz hinten. Guck, ich bin auf die Fackel gegangen. Damit auch diese Fackel, dann bin ich hier hochgekommen. Du warst auch niemals auf der Fackel, du willst mich doch kakakak eiern. Der Schüssel hat sich doch gesehen. Ja, hast du gesehen? Was graütig ist, hat Affkaner? Alter, es ist unmöglich nur diese Scheiße rauskang. ähm komm komm ich zeig's dir komm lass mich nochmal machen oh so schwer Junge alter Töte ihn Töte ihn nein ich töte ihn nicht, ich hab den Boden auch wohl nicht getötet die hat mich aber getötet äh äh kurz alter hör doch auf wir haben sich die Leute getötet nein ich hab nicht das ja ich hab's haha Jamie fuck you ja ja spring doch haha Jamie haha ich hab die perfekte Idee man schafft wenn du nicht klappst, dann klappst du nicht. Nein, du sollst kurz! Auf mich! Ey, ey, er lockt dich zusammen! Junge, also warum tötest du mich, du ehrenloser? Ich wusste, dass du wirklich... Weil du willst, weil du gesagt hast, auf ihn. Deswegen hab ich nicht. Junge, du tötet mich die ganze Zeit! Junge, er tötet mich die ganze Zeit! Junge, also ich sag, das war bei der Zeitgleich. Ich sag, Frau Koch gleich. Gleich? Ja, ich kann ja auch anrufen. Oh, hast du, hast du übergeklärt, rrrr! Ach. Ach. Ja, nein! Dafür, dass du es gesehen hast. Ja. Diese Schein verfickt die Ecke, die tütet mich zu tausend zu mal. Oh, mein Gott. Ja, Mann, komm doch! Ja, Mann, komm doch! Ja, Mann, komm doch! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ich hab's nicht, weil die perfekte Idee, wie man da drauf kommt. wir müssen springen und auf den boden gucken junge alter jamie holt mich zu töten alter ähhhhh mich zu töten alter das geht doch gar nicht ey es kommt nicht werft dann guck mir mal einfach zu werft dann guck mir mal zu guck hier guck jetzt mach so so nein ich hab's ich hab's ja dann geh mal kurz weg weißt du da noch nicht mal langsam guck jetzt warte thank you very much ja ja doch das geht ja siehst du so geht es mit ganz normal gucken so geht das ha ha ich bin meine fackeln guck einfach ganz normal auf den boden bringt es nicht haha jamie du kannst dich nicht töten okay ob du ach wenn ich bei dir wir machen befrieden ok scheiß alter war ich jetzt auf den fackeln balancieren nein ja komm es ist auch scheiß egal solange jamie nicht nicht getötet da jungen alter ich wollte jamie töten sorry jungen alter haha er war einfach drauf aber weil sie bei mir sind herunter gefallen na hallo armin jami guck mal jamie wartet auf mich damit ich nicht hoch gehen kann konnte ich sagen dass er mich in ruhe lassen soll nein ich mach dir platz ich will euch klappt machen wenn du keinen platz machst dann kann ich wieder gehen geh weiter so ja weiter ja weiter müssen es immer nach der rheinfolge machen geh mal kurz wenn ich weiter da muss darauf gehen kann aber nicht töten nicht töten wenn ich hier bin mir nimm mal f a an klasse hier mache ich schon komm du schaffst ist ganz viel schwung auf die fackel auch ja alles klar habe ich gesagt in die falle oder auf die fackel die 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 das noch bis drei stunden machen und an ländern lassen ja ist das aber snap aktuell machen ich ja 3 stunden steht okay bis bei der 3 stunden steht wo ich bin wahl oder lässt das mit den schlusskommeln machen ja jenny du musst springen ja 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 nein der erste sprung ist aber der schwerste der rest ist einfach pipi ich war drauf ich war drauf egal was ich hab jetzt die idee aber die mit er so wieder ich hab die idee klappt einmal weggehen jungen alter schub mich doch nicht gehen ich hab die sieben jungen alter ich wurde durchgebracht jungen guck mal ey junge jungen alter hör auf mich zu schlagen jungen hör doch auf ich versuch doch mal guck mal er tötet dich sogar alter warum tötet ihr dann nicht wenn ich selbst er dich tötet ich hab gedacht sie werkt dann lebt noch guck mal alter lass doch einmal normal spielen und kann auch mich zu töten du hast doch getötet ich dich jetzt nicht mehr tötest du mich die ganze zeit ich hätte dich ein zweimal damit du lach kriegst hitlack das finde ich aber ne ich hatte hat das jemand gesagt dass das will nicht ja du willst doch unbedingt weiter kommen und richtig auf dass die ganze zeit in der ecke hängen bleibt also hätte ich dir ich habe gerade zweimal hintereinander den ersten sprung einfach gemacht und bin dann einfach reingerannt weil er nicht gesprungen ist ich habe mich mal die erste ball gesprungen 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 aber ich habe mich mal die erste ball gesprungen ich war traurig da so laket macht macht es macht es macht es macht es macht es gibt mir ein laket gibt mir ein laket bringt nichts dann die welt wenigstens guck jetzt guck mal er hat mir laket gegeben und ich habe es geschafft also schon der laketer des johundert kommt ja auch so kommt ich habe mir geht mir auch ein gibt mir auch nach komm mach es ich glaube ich mach es gut guck laket ihr habt mir doch ein laket gefangen hat habe ich jetzt auch mach es weiter jamie aber nein sagt nicht auch wir müssen das immer in der reinfolge machen wir machen eine reihenfolge ich jamie und dann du okay nein ich bin okay was scheiß egal wer als erstes war ganz ehrlich erster meister zweiten sprung zweiter jetzt kommt es war schon jetzt mach ja okay dahin wie schaffe ich nie wir müssen und wir müssen auf ihn warten wir warten auf ihn okay denn das war scheiße von uns nicht auf ihn zu warten sind ja auch richtige freundin kommen wir warten auf die älter typ hängt immer noch am allerersten sprung dann gibt mir so ein paar tipps nicht der erste ist eigentlich das schwer von der recht ist eigentlich mega leicht nur bei diesem ganz klar sagen darfst du nicht rennen sondern gehe einfach ganz an den rand und dann springen ganz normal noch von normalen nicht so mitten wenn ich es gerade popcorn sondern halt einfach springen und halt in der luft in die rechnung weil ich stimmte wieder weg das sieht man sieht einfach so hart dass du da an der kante verhängen bleibt warte bürger schien ja endlich ich bin hier auf dem ersten stirb kick dich jetzt runter komm es gibt die nächsten wachst du wie komme ich jetzt hier wochen muss ich jetzt machen hey berkser wie muss ich jetzt noch bist du auf dem ersten drauf ja dann springen runter auf diesen dünnen stadt das sollte leicht sein also du bist behindert fristen weil frische bürger ja ich hab's wieder da frisst frische bürger ja ich mag das so hart frische bürger ja ich mache das jetzt mit dem lach was ich krass gemacht habe einer muss ein bürger auf mich werfen hier ja danke dabei rettet mich ne kommt schon jungs ich hab bald keine spucke mehr hier spaß ich bin auch ein bergstein guck mal guck mal wo ich bin guck mal von hier geht's ne von mir geht's guck 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 jetzt ich will sie nicht auf dem däscher selten und ab geht ja danke geht weiter da haben wir ja einfach so sehen weil das die warte kommt keine arme da du bist jetzt oben pack ich bin staun ja er ist mir irgendwie immer immer leichter für mich sie mache ich in die scheiß fackel hier ich kann die fackel gar nicht warte ich muss kurz machen wohl wohin ich gehen will warte ich will noch da gehen nackt nach kürz junger alter dass man schon funktioniert guck siehst du hör auf damit ich hab jetzt lag weil das ist immer so gut die warte ich hab noch immer schön und dann springen wir kommen noch ein guck dass sie ist lackball nach stehen hier machst du den hier und dann schon noch da siehst du das markiert hat sich kurz weg ich will warte ich will wo will ich hin nach bachlose jungen alter noch auf du hast mich kaputt gemacht und nicht okay jetzt lack schuss ja noch da jetzt gebe ich bin abgeprallt junger also du hast immer beim letzten keiner von euch war beim letzten bei den fackeln ich hab dann mit jamie getroffen hör doch auf alter das ist ein lacket junger alter die scheiß kannte ich hab diesen teil berührt aber so weit an der seite das abgerutscht bin ich hab kein bock nicht aber du es nicht schaffst wir schaffen es aber das erste mal dass ich bei dem sprung gefällt habe ich habe das allererste mal dass bei dem scheiß sprung gefällt habe er die fälfte rote zeit schon was für an diesen kleinen balken da auf damit du hilfst mich hoch ich will hochheben möchte dich gleich also erst mal mein lager ja als hättest du noch nie jemanden getötet siehst du rufen können junger alter warum hast du versucht mich zu hitten ich lande drauf aber dann werden wir und dann auf einmal werde ich so zurückgedrückt da unten fest nicht und es ist lustig hoch zurück zurück kommen die wahnung da bergst du guck mal die wahnung ich will auch eine machen sind meine sprays einer von uns sterben sollte was ich mache jetzt hier acht und fallen waren ich suche einen guten der halt passen würde ich suche gerade acht und fallen ich finde ich guck ihr müsst dann hier lang wenn ihr hier seid wenn ich nach da auf fakt ist es weg hat sich abgebaut hat sich tun sie müssen dann immer hier hingehen ich führe dass er nicht voll weg mit mir das hat mich gerade ein irritiert gerade ziel gelangt bin kam die nachricht er willst du jetzt weitergehen endlich wenn sie sehen wie du was machst du als ich lande doch schon die ganze zeit auf der fackel drauf alter so und sagt ja schon ja also mach jetzt endlich alter das ist jetzt gesehen nun warte hier schlackschott warte wohnwillig ich sehe es nach da ok jetzt geht ihr macht ihr bitte platz für den meister bitte bitte jetzt werde ich dran jetzt machen bitte ja ich habe ja geh weiter ich will auch drauf ja dieses punkt habe ich liebte da bitte kurz weg erhebt mich nicht hoch die ganze zeit alter auf damit ich schaff dir die jungen alter erstellt sich mir die ganze zeit in den weg so dass das nicht machen kann und dann wenn ich ihn tötet hätte er mir mit zurück wie würdest du mögen wenn ich die ganze zeit hier so stehen würde ist doch scheiße oder und das macht er die ganze zeit bei mir wie kommt sie immer da drauf ich schaffe ich habe den allerersten sprung macht das ist einfach schon echt ist aber ich weiß meinst du den mit den fackeln die ganze zeit ich weiß was wir machen so wie jedes mal wenn einer versucht gehen die anderen einfach nur nach hinten also hier so dann ist er auch sein jeder in die ecke guckt jeder in die ecke werden immer versucht muss der andere immer in die ecke gehen oder die anderen müssen die ecke gehen so dass er es auch schafft die ecke ich bin ich nicht ich springt einfach nicht gegen die ecke man muss immer in der ecke gehen doch einfach eine scheiß regel jucken die mir am arsch vorbei weißt du das eigentlich doch mach ich extra gleich nicht ja weiter bitte müssen sich der einzige der hier ansteht weiter einfach schon wieder auf und ich denke hier lang jungs wir sitzen fast schon seit einer halben stunde bitte hatte ich gehen die ecke noch so gut lacht ich soll ich den da oben die kurve kommen das ist ja am ende ist es unmöglich das hätte ich auch nicht wenn man da um die kurve kommen sollte man muss die empfindlichkeit komplett hoch haben ja ganz ehrlich und alter streber konnte ich mache auf 800 empfindlichkeit damit ich da um die ecke kommen hey du musst deine empfindlichkeit dann auch auf 800 machen okay meine ist schon auf 800 weil sich hier auf 800 macht oha guck jetzt guck jetzt guck ich mich für weh guck da ich schaffe das jetzt mit meinem trick ja guck easy easy ja mach weiter ich guck jetzt ich schaffe das auch mit meinem trick ich hab den schick heute die ganze drunter da komme ich nicht weiter bergson es macht noch nicht und er sich die kante macht es einfach ganz normal springen ja ganz mal springen ja und bei mir spricht er gar nicht wow macht also ich hab dich weiter als wir alle aber diese scheiß das ende ist und mein gott wurde von hier gerettet aber bringt mir das soll ich immer weitermachen oder soll ich auf euch warten auf und warten bitte jetzt mal bitte wett mit in die ecke wacke hier drauf ich bin einfach durchgefallen das ist einfach so ausgesehen wie ein noob alter nein ich werde schon wieder drauf ach komm ich verliere auch die ganze zeit bei diesem stand den fähnchen trick ich mach so bitte den parkour bitte rückwärts und wir das sehen können also ich will also kannst du es noch um diese ecke noch mal schaffen also noch mal herum vor ja ich kann nichts mehr reden hier ich bin so eine alte oma ich bin so eine alte oma ich bin so eine kopfschmerz was ey ich war drauf aber dann hab ich wieder runtergebacken das fand der auf boden geschossen ist aber so scheiße oh 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 ja machen der ecksprung ist gar nicht so schwer ja warum schaffen wir ihn dann die ganze zeit nicht das wollte ich einmal schon geschafft habe deshalb sieht er für dich nicht mehr schwer aus und den schon mindestens einmal gespielt unten drauf hier immer ein bisschen schwung wo muss man hingehen hier muss man hier an die wand gehen oder bisschen weiter weg du musst da wo die lücke ist zwischen der wo die lücke ist da bei dir hier so stehen ja da wird euch ausrüsten ich merke schon ich habe mich berührt alter du verarscht mich bedarf auch noch seine was ist mama ja endlich geschafft oh mein gott ein wunder geht auf die fackel da springen auf die fackel noch bevor ich weiß nicht wie das geht ja jeder sagt du sprichst einfach auf die fackel zu versuchst hier so fertig er geht's oder bitte von der ecke weg damit ich auch wirklich hingehen kann endlich das wir schaffen zusammen ja ich hab's geschafft einfach nur noch ein ecksprung einfach nur noch ein ecksprung du schaffst das ja ich weiß aber ich mache wieder den ecksprung du musst deine sensibilität auf das höchste machen so dass sie sich so schnell wie möglich ich bin nicht mal daran gestorben ich bin auch was andere gestorben dann was denn ich guck das hier nur durch damit wir nicht die ganze zeit direkt verlieren und nicht wissen was wir machen jetzt du musst hier schon der tür aus hier auf die balken ok ich habe das gerade schon versucht ganze zeit was kann man hier drauf wenn man kann nicht in der versuch wir versuchen schon diesen job wenn man vor damit wir wissen danach was wir auch machen müssen okay weil es war ja blöd ist wenn wir das dann fertig hätten wir dann halt nicht wissen direkt nicht mehr wüssten was wir machen was diese bei der hoch kommt der letzte sprung alter ich glaube man muss es in einem lauf machen man darf dann stehen bleiben bei diesen balken hier doch kommt man ja aber ich habe es doch mal als ich wurde wieder runtergebackt ach komm beim dritten sprung verliert man einfach seine sprungkraft ich hatte es fast wenn man sterben nach alter hat 1000 abhängen wie soll ich das schaffen ja genau er springt ich glaube man kann das jetzt schicken guck mal hier auf diese tkasse steht dass sie hier drauf stellt kann man das glaube ich schicken ja man kann es glaube ich schicken wenn man zeit richtig macht macht du schaffst das gut ja ich habe es aber jetzt wieder fackel jumping oder was ich weiß ich bin immer am letzten sprung und das ist also nicht am eck sprung beim die sind diese eck sprung also den ersten eck sprung kann ich sagen den schaue ich jetzt fast ich denke ich kann das nicht nach ganz hinten in die ecke gehen damit kurze hochgegangen ich habe 1100 ich verstehe euch nicht mehr wahrscheinlich hätte gleich auf der party das ist er wird gleich auf die fahrzeuge hundertprozentig what the fuck ich glaube der steckt mich gerade an mein ping singt hat warte ich habe eine idee du springst auf die kerze drauf und wenn es mache ich so damit ich dich halt ab block ok 123 ja das ist geschafft aber dafür wurde ich runtergesprungen warte mal kurz ich habe ganze zeit 1100 aufhängen die ganze zeit ja also so schlecht weil ich weil wir auch noch nie jump and run in fortnight gemacht haben wir hatten überhaupt gar keine übung oder so wir konnten ja nichts machen oder so ist halt auch scheiße 1100 tapping macht so das einzige was aber das hier ist ein leichtes jump and run statt wie das davor hier diese holz bei uns leider geht gar kein schlechter in schlechten abhängen als 1100 es gibt kein schlechter 1100 oha ich sehe schon sein leck dann leid ich glaube du steckst mich an ich mag die ganze da auch herum guck ich stand auf dem teil drauf und auf einmal bin ich durchgefallen guck schlägt wieder er kann man bitte kurz aufhören zu springen mal irgendwie wenn du dich bewegst wegen einem schlechten pin finde ich auch so ein schlechter singen ach das ist nur eine mythos ich glaube das ist weil dieses spiel nicht check wo es nicht hinsetzen soll ich habe die ganze zeit meinten ist fertig sobald bemerkt dass die falsche position ist und dann wird man er hat auch gesättet fangen schafften die die nun um kummer alter ich krieg jetzt mehr kann man ja zurückkommen und mit dem wirken müssen erschweren ich hätte beim dritten oder beim vierten am dritten immer noch versucht den ecksprung ecksprung alles muss versteckt sein zu sehen aber funktioniert nicht exprung exprung alles versteckt sein es ist ein externe der mutter muss versteckt sein der ex ist leicht nur der anfang der ist für sollte meine geheimnis machen ich war auf auf der fackel ich werde runtergebackt ja check man sich halt auch nicht und mach mal den parkour rückwärts und dazu er stellt vorstellt jetzt auszusehen den checkpoint johann muss alles wieder von mann wo ich kann die ganze zeit zurück bei mir war gar kein einziger ich habe die ganze tausend es geht nicht runter die ganze zeit mal bezahlt und zu bewegen ja die markus da lehnte ja ich weiß nochmals ob ich auf dich schaue ich habe in die luft bei mir so sagt ob es besser geht jetzt und mir geht es definitiv besser wenn du irgendwie tot bist guck mal mein ping ist jetzt nur ich habe jetzt einfach ein 16er ping weil du gestorben bist lol der fuck alter was hat aber wirklich der grund von meinem schlechten ping mein gott bin weiter was wollte man jetzt machen was ich war beim ecksprung ich bin beim ecksprung äh diese scheiß soll ich beim ecksprung auf warten ich werde auch die ganze zeit runtergebracht ich habe die ganze zeit machen eine hunderte zu legen seit 30 minuten schon wir haben bist du da oder ich war oben wie kannst du mich da hinten bei mir was unten auf dem boden alter guck habe ich dich wieder gehittert in der luft warte es bleibt da bleibt da jetzt bin ich jetzt wirksam wegen dir will ich runter so wie wenn ich dir helfen wollte deswegen hier bin ich von ja wenn ich dir helfen wollte versuchte um die ecke zu kommen um dir zu helfen nur noch jetzt ein bisschen anschwung ja die das nicht zu weit nach dem weg du brauchst eigentlich gar nicht der anfangssprung ist jetzt easy das eine internet kommt es war der anfangs spieler nicht verkauft werden ich habe die ganze ich hätte den parkour zu 100 prozent zu zehnmal durch stecke ich habe mich ganz an doppelt und meine nachrichten die ich sage also ganz etwas sagen kommt es zehn sekunden später bei euch ok ich mache mich noch springte beispiel ich sage zum beispiel ich sage zum beispiel das kommt einfach zu zehn sekunden später ja okay du klatscht jetzt in 123 klatsch manche jahres kommt zehn sekunden später schaffst du schaffst das ich glaube an glaubst du an mich ich glaube an dich schaffst du schaffst du dich kommst du schaffst du dich ich weiß du schaffst du hast ich freue mich aber halt immer wie ich meinst du komm ich glaube an dich ein kleiner sprung geräusche neben geräusche irritiert mich ich wollte die dackel wieder nach oben ja ich bin extrem nicht mehr zurück ja kommen wir versuchen wir ganz mit dem zu reden er tut doch die ganze zeit auf spaß gehen oder so ist ja doch ich mache ich bin auf dem teil drauf und sie kommt ich habe das war da drauf wo der fahrt ja ich weiß schon in der zeit kommt ich warte hier auf dich du schaffst das du schaffst du schaffst du schaffst das warte von vorne das beginnst ich muss noch lachet geben der soll jetzt die nach da oben ich muss so dumm der was wenn ich da drauf falle wo du was willst ja ich bringe ich gehe mal wieder ja wo er springt nicht danke ok fand ich war ich warte jetzt nicht auf dich weil ich darf nur noch ein paar minuten und deshalb mache ich jetzt aber das champion dran durch noch eine letzte chance machen bist du beim quersprung ich komme zu dir ich bin mein heiligen ich habe es ohne mich auf die kerze auf die kerze nämlich zu mir schon nein 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 ich habe es okay ich bin auf die andere ich habe immer wieder nach oben ich weiß jetzt wie ich den exten immer machen kann nein ich habe drauf aber schon wieder durchgebracht oder was kommt nicht mehr er packt sich einfach gerade zu pro der jenny wenn er doch um 7.000 abhängen so ich bin drauf ich bin drauf machst du das mit falschen mich ja die ganze zeit im falschen ja das ist jenny ich bin das nicht ich bin drauf warte warte da warte da warte da ich komme zu dir ich bin auf der kerze auf der kerze warte auf mich schneller machst einfach gehe auf die andere kerze auf die andere kerze neben des links von dir ist noch ich bin drauf ich bin drauf ich bin drauf ich bin ich hab's wo der ecksprung ex-prung geschaffen hast du schaffst dass du schaffst dass der ecksprung macht der ecksprung hey jamie steht da jamie schon mal weg gehen mach ihn kommen das ist ganz leicht nach oben ok wer Activals sp Excellent experience springi spring hoch nein 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 ich habe nicht geraubt und ich habe es geschafft ich weiß doch wieder patriarch번째 ex-prung kann nicht kann nicht ich mache es direkt wieder und wird zurück wieder ich komme ja weil jamie was sie gekommen ist und wir verlassen hat was übrigens sehr sinnvoll ist in praktisch kommen um sie wieder zu verlassen der ecksprinke ist nicht so schwer als auch alter ist einfach so schwer und erspricht nicht warum springt denn ich schaffe weil spielt wieder nicht ja okay der nächste parkour wird dann völlig leicht sein wenn jetzt so und damit struggles den nächsten parkour kann man nicht machen weil die fallen der behindert wird die fallen so hoch gesetzt dass wenn man auf den teil geht wo man drauf gehen muss man einfach gespikt wird du musst die mussten die falle ganz beiden also triggern und dann reingehen nein ich muss ja erst mal auf das teil drauf kommen ich kann das ja nicht einfach so triggern ich weiß wie es geht ich weiß wie es geht man muss ganz schnell von dem teil wieder hoch springen aber das ist einfach so schwer dass richtig ich bin ich mir jetzt zu spaß jetzt hier ist weil wenn ich von angeblich einheit Okay, ich mach aus.